Ich würde gerne was empfehlen, euch allen da draußen, ist das Rotlicht Festival. Das ist schon einmal passiert letztes Jahr, das wird dieses mal im November wieder stattfinden. Das ist analog Fotografie. Eigentlich haben glaube ich Leute über 300 Bewerber von über fast 50 Länder glaube ich und es sind 20 Projekten ausgewählt und die sind verteilt also durch ganz Wien, ich glaube zwischen Wohnungen, Galerien und wer weiß noch was Rotlicht Festival, rotlichtfestival.at oder sowas, findet man schon und ich glaube auch das VUG beteiligt sich, also ein Projekt von VUG, das Luminex, das ist eine Gruppe dort, zum empfehlen.